Moin Leute, willkommen zu meinem Video. Wie ihr seht, ich spiele wieder FIFA und diesmal FIFA Ultimate Team. Ich spiele nicht, aber ich werde euch ein paar Dinge da zeigen und ja. Warten, also ja, ich muss jetzt die Kladen erst. Jetzt da, ich habe 2166 Münzen da und dann würde ich euch mein Team zeigen und zwar mit Bufall, Starridge und Bernardo Silva, Ramsey, Henderson, Klaassen, Andy, Christensen, Mignolet, Cahill und Coleman. Und hier hat er noch Asensio, Pedro, Taulde, Olofeo, Henry, Thiago Silva und Tichéa. Und ich werde euch noch den Shop zeigen. Da kann man Spieler kaufen. Und hier sind Spieler vorgeschlagen, die man kaufen kann. Farrasco und so weiter. Beim Shop, da kann man Packs öffnen. Ja. Und dann zeige ich noch meinen ganzen Fall. Ein 59 Spieler insgesamt. Ronaldo Neuerlich, Henry, so viele Leitspieler. Le Masa, das habe ich von The Journey. Und später wird auch nochmal ein sehr schönes Video kommen. Vielleicht morgen oder übermorgen, sicher. Ähm, ja. Unser Spieler interessiert sich hier nicht. Und, ja. Spieler-Statistik. Jetzt, Henry, nicht. Ja. Einfach Top-Spieler. Und also nach dem Rating. Aktives Team. Ist, also, ja. Hat 10 bis 20 Toren. Sechs Torverlagen. Und Klassen. Und Klassen ist auch. Äh. Und dann noch Ufa. Er spielt auch gut. Und, ja. Würde ich sagen. Äh, ja. Da nochmal mein Team. Mein Dream Squad. FC Davis war mein Bruder. Mein Spanien Team. Und dann das Team. Das wäre so mein Traum. Also, so mein Team, was ich eigentlich gerne haben möchte. In FIFA 18. Dann Einzelspieler Squad Battles. Und Online Saison. Äh. Und, ja. Wir sagen. Das war's mit dem Video. Und. Tschüss. Und bis zum nächsten.